Ich sage 22 Minuten, das ist jetzt die goldene Regel, um Meetings produktiv zu gestalten. Erstens, was hat ein produktives Meeting mit der Zeit zu tun? Das ist halt die erste Frage, die ich mir stelle, weil es gibt natürlich sehr gut strukturierte Meetings, die schön vorbereitet sind und wo vielleicht sogar die Teilnehmer vorbereitet sind und die können dann gerne mal eine Stunde auch dauern, wenn es halt so ist, wie es ist oder vielleicht auch einen ganzen Tag oder eine Folge von Tagen, wenn das irgendwie Workshop-Charakter bekommt. Aber natürlich auch gibt es ganz viele Meetings, gerade von unseren täglichen Meetings haben wir einige davon, die dauern, im Zweifel sind sie mit 15 Minuten eingestellt und manchmal dauern sie halt 5 Minuten und manchmal vielleicht 10 Minuten und manchmal überzieht man mit 17 Minuten vielleicht einmal knapp. Aber alles bringt uns weg von den 22 Minuten. Auch ergeben die 22 Minuten auch keine volle Stunde oder so, um irgendwie zu argumentieren, dass das macht man so den ganzen Tag. Ich habe mir noch gedacht, vielleicht soll es einfach darum gehen, 22 Minuten Meeting, 8 Minuten Nachbearbeitung und Vorbereitung auf das nächste Meeting, einmal noch auf die Toilette gehen und weiter geht's. Wir müssen haltet uns ein paar Mal wieder bzw. Untertitelung des ZDF, 2020